Dieser Film wird unterstützt durch Stuhl24 in Wiesloch TV überregional live dabei Polizei Bericht zu dem Großbrand Die Quelle des Berichtes Polizei Mannheim Wiesloch Brand einer großen Lagerhalle Wegen eines Brandes einer Lagerhalle in der Römerstraße in Wiesloch wurden am Dienstagabend gegen 20.50 Uhr Polizei und Feuerwehr alarmiert. Das Feuer breitete sich schnell auf den gesamten Gebäudekomplex aus in dem unter anderem ein Küchenstudio sowie eine gemeinnützige Gesellschaft untergebracht sind. Die freiwilligen Feuerwehren Wiesloch, Walldorf, Nussloch, Leimen, Dielheim, Nullhausen, Grauenberg und Zimsheim sowie die Werksfeuerwehr des PZN Wiesloch waren mit etwa 130 Einsatzkräften vor Ort. Die THW-Ortsverbände Wiesloch, Walldorf sowie Ladenburg unterstützten die eingesetzten Kräfte. Der Brand konnte gegen 24 Uhr gelöscht werden. Die Löcharbeiten werden bis in den Morgen andauern. Personen kamen nicht zu Schaden. Nach ersten Schätzungen dürfte der Sachschaden im siebenstelligen Bereich liegen. Oh meine Güte. Die Brandwurtsache ist noch unklar. Wegen der starken Rauchentwicklung am Brandwurt wurden den anliegenden Anwohnern vorsorglich empfohlen, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Kriminalpolizei Heidelberg hat die Ermittlungen übernommen. Die Kriminalpolizei апel von D Nächste, Misham Haas. 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 Dieser Film wird unterstützt durch Stuhl24 in Wiesloch, Stuhl24 für Ihre Gesundheit. Daniela Grünwald, Ihre Diplom-Eventmanagerin. Beratung, Organisation, Durchführung. Für Ihre Events, Werbung und Marketing. www.danielagrünwald.de Unser Erfolg liegt in der Beständigkeit. Wir von Kochtechnik sind spezialisiert auf die Entwicklung, Konstruktion, Fertigung und Inbetriebnahme von Peripheriegeräten zu mischen, dosieren, fördern und trocknen von Kunststoffmaterialien. Informieren auch Sie sich über unsere Produkte. Wir hoffen Sie bald als Kunden begrüßen zu können. Rewe-Wimmler in Rheiningen, Hauptstraße 103. Öffnungszeiten täglich von 7 Uhr bis 22 Uhr. Exakt Mediendesign, Ihr Dienstleister für Ihre komplette Werbung. Herzlich Willkommen bei FUNIS in Ladenburg. Dink, 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 Rock so well. Come on, girl, let me ring your bells. I said one, two, three, four. Come on, y'all, I'll get on the floor. Peace and equality. Let's stay together. Let's live in harmony.